ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute geht es um das thema kaspar beziehungsweise kaspar mining beziehungsweise auch die ice river die serie die aktuellen umlauf ist das bedeutet viele von euch haben ein gras 0 pro und gras nur ultra im einsatz und wir gucken halt eben ob sie das noch lohnt ob sie es nicht lohnt ich meine viele die dabei sind wissen schon ja ich bin einfach mal heute auf das thema drauf gekommen ihr seht hier das ist so unsere top ten was auf unserem youtube kanal abgerufen wird und platz eins immer noch vom 14.12.2023 das ist das eisere verkostet ab ja das ist schon neun Monate alt wird sich immer noch regelmäßig angeschaut das heißt das ist immer noch bei uns auf platz eins platz nummer zwei ist halt eben die nördmann und bitt ex geschichte also nörd ex die gehen wir auch noch mal aus detail drauf ein und auch noch drei hatte ich ja glaube ich auch schon mal beziehungsweise ist ja von ihren schon erklärt bis jetzt haben wir auch leider im bitcoin cash schule noch kein blog gefunden die frage kam auch jedes mal leider leider nicht ja ich habe einen hinweis beziehungsweise ein tipp für euch alle die technisch ein bisschen versiert sind sorry wenn sich meine stimme komisch anhört aber irgendwie bin ich sehr angeschlagen heute retro mike tech hat ein video auf dem markt geworfen wollte schon sagen über youtube hochgeladen und zwar hat er soll mein buch natur und not mit kasper meiners das heißt buchner ist ja quasi ein fork das heißt ihr könnt mit mk heavy hash könnt ihr buchner mein und ihr habt auch die möglichkeit eine buchner wolle zu erstellen und zusammen mit eurem kasper meiner könnt ihr buchner solomining im eigenen netzwerk betreiben das bedeutet ihr nutzt quasi die eure note als buchner note quasi zusammen mit kasper meiner um buchner solomining zu betreiben und es ist recht interessant ist aber auch technisch relativ schwierig in anführungsstrichen falls euch interessiert falls auch mal was anderes machen wollten mit eurem meiner guckt euch einfach mal an ja ansonsten kasper ist klar webseite ist kasper.org hier findet ihr alle informationen die ihr letztendlich rund um das thema braucht ihr kennt ihr die geschichte hashing algorithmus ist k heavy hash ticker ist kasper also ks ja und die block type ist halt eben eine sekunde ja das sind halt eben die basics aber ich denke mal das kennt sich jeder jeder sollte zumindest wissen was das letztendlich ist ja preistechnisch sieht momentan so aus ihr seht dass es aktuellen monatschart und ihr seht es hält sich relativ stabil zwischen 16 und 17 cent wenn man jetzt mal aufs jahr schaut sieht man natürlich dass sie sich einiges bewegt hat was das angeht und meiner meinung nach wird auch der kasper kurs noch höher gehen das bedeutet das wird noch nicht das ende der fahnenstange sein dass meine spekulation kann natürlich auch ganz anders kommt das wisst ihr krypto ist ein game immer alles mit risiko verbunden von daher aber ich denke mal der kurs wird hochgehen aber wie es gerade gesagt habe nehmt es bitte nicht legt es bitte nicht auf die goldwaage weil es nächste woche der kasper abstürzen sollte haben wir alles schon letztendlich gesehen ja ich bin momentan mit meinem ks0 ultra im solo mining unterwegs seht ihr hier das heißt ich habe in den letzten sieben tagen einen blog erwischt ihr seht das noch mehr unten das heißt in den letzten sieben tagen habe ich einen blog mit 91 kasper gekommen bekommen also um die 14 euro in etwa seht ihr hier also ihr seht ihr auch nochmal den bürger und ich bin jetzt seit muss gucken wann habe ich angeschaltet seit 24 8 habe ich den im solo mining laufen da wird bis 24 9 im solo mining laufen das heißt ein monat werden wir jetzt noch mal testen was bringt das ganze im solo mining seht ihr hier ein blog haben wir schon mal erwischt das ist schon mal ganz gut sage ich jetzt mal und wir werden halt eben auch sehen auch noch ein blog erwischen oder zwei oder drei wenn natürlich cool ja wir werden es halt eben sehen kann man es schlecht sagen aber ich sag mal ein blog pro woche beziehungsweise aktuell hat man jetzt einen blog erwischt ist gar nicht mal so schlechten anführungsstrichen ich weiß dass viele von euch da nie einen blog aufgestanden oder irgendwas bei uns beziehungsweise bei mir läuft das relativ gut besten dank an dieser stelle auch noch mal ein renne beste grüße gehen raus für das sponsoring das krasner ultra und wie gesagt er läuft tut seine arbeit mal gucken was bei rumkommt letztendlich ja das schwierigste thema beim kasper mining beziehungsweise was halt eben das kasper mining unrentabel macht ist halt eben der schwierigkeitsgrad ihr seht den hier wir befinden uns momentan bei 991 petahash und da ist noch kein kein ende in sicht wo ich angefangen habe mit darüber zu berichten über kasper beziehungsweise der erste miner da waren wir hier in dem bereich wenn ich sogar noch ein bisschen weiter unten das heißt da ich noch gesagt meine spekulation ist dass da kasper schwierigkeitsgrad auf 70 petahash hochgeht wenn jetzt haben wir hier 15 fache so ungefähr ja das ist halt eben so desto mehr kasper miner verkauft werden und desto höher steigt auch der schwierigkeitsgrad ja es kommt immer mehr kasper meiner ans netz und das ist nämlich halt eben auch letztendlich so ein problem was für klein meiner wie uns sage ich jetzt mal haben wir keine riesen maschinen rumstehen halt eben schwierig wird ihr seht ihr desto höher der schwierigkeitsgrad ist es zu schwieriger ist es halt eben auch einen share zu finden oder einen block und desto weniger werden letztendlich auch die rewards was das angeht ja lohnt sich kasper mining noch im jahr 2024 beziehungsweise 2025 ich habe mal bei meinte er sich mal was aufgeblendet sozusagen ihr seht hier ich habe jetzt mal 31 cent pro kilowattstunde eingegeben sind das bedeutet dass es halt eben ihr müsst halt eben je nachdem was ihren strom habt ihr auch noch mal einstellen wir zahlen aktuell 27 euro cent für die kilowattstunde das sind ungefähr 29 bis 30 dollar cent pro kilowattstunde das sieht das ganze so aus wenn ihr seht das einzige was halt eben auch platz 1 und 2 sich momentan bewegt ist die ganze alephium geschichte ja und aber der endmanual 1 und der ea also von goldsheil ea l1 m die kisten sind extrem teuer ja das ist so die al box 2 die ist mal zum schleuderpreis raus gehauen wurden ja und beziehungsweise 2 plus und da gab es auch mal ein deal das heißt die al box 2 ging glaube ich für viele von goldsheil zweimal raus haben eine geschehen gekriegt aber egal darum geht es jetzt letztendlich in der video nicht sondern wir wollen ja auf kasper schauen letztendlich und seht hier dass wir momentan am start haben den ks0 ultra der macht am tag minus also seht hier dass wir mit 18 cent minus rechnen müssen das heißt wenn wir den strom abziehen wird es was er letztendlich verdient ist wenn man nicht im solomining unterwegs macht ihr nasse dabei das heißt ganz klar kasper mining wenn ihr keine pv anlage habt das heißt keinen strom erzeugt keinen strom erzeugen können aus dem balkon kraftwerk oder pv anlage oder je nachdem was ihr da habt macht ihr aktuell damit nasse und das wird auch nicht besser also das ist ich bin doch mal ein fan der offenen worte und ich möchte auch nichts wischi waschi oder irgendwas aber es ist so der ks0 ultra aktuell ist nicht profitabel das heißt wenn ihr keine pv anlage zu hause habt oder beziehungsweise 100 watt übrig habt dann macht ihr damit letztendlich nasse das ist so das ist beim ks0 pro genauso hier halt eben noch ein stück schlimmer ich meine deshalb so schnell verbracht am gleichen strom und ihr seht hier effektiv sind halt eben momentan nur die alephium miner profitabel um es mal so auszudrücken ja und leider gottes nicht mehr nicht weniger also kasper wurde vom thron gestoßen war ja so also ihr seht ihr zumindest das halt eben auch die endmahner mal ganz oben auf der spitze waren und wenn ihr hier seht ein ks5 pro 21 tera ist das in riesen kisten die machen übelst kracht die kann man nur im keller unten laufen lassen oder irgendwo ja also das ist nichts für ein heimbedarf lieber so eine box oder irgendwas glauben lassen aber ihr seht es halt eben hier ja also ich sage es noch mal direkt zu euch ks0 pro beziehungsweise ks0 ultra habt ihr keine pv energie keinen überschüssigen strom lohnt sich das einfach nicht aktuell es ist so und es wird halt eben auch noch schwieriger der schwierigkeitsgrad wird dementsprechend steigen und dadurch werden es auch letztendlich weniger rewards das heißt weniger einnahmen da wird letztendlich mehr strom verbrannt wie der ganze kram letztendlich wert ist ja ansonsten ich fahre mit der strategie weiter jetzt erstmal hier einen monat lang im solomining unterwegs zu sein ihr seht es hier ein blog haben wir schon erwischt letztendlich hier mit pv energie frisst das ja sozusagen kein brot und ich lasse ganz einfach laufen ich wünsche mir für die zukunft das halt eben auch der kasper preis steigen wird also noch mal das steigen wird das natürlich für alle die heute quasi auch noch was davon haben das heißt irgendwann auch den kasper veräußern oder je nachdem ihr dort ja da seine eigene strategie und wie gesagt alle die es interessiert buchner solomining guckt euch das video hier mal an vielleicht ist es was für euch muss aber halt eben wissen gefremelt werden also so einfach ist es halt eben auch leider nicht ja das soll es von mir gewesen sein kasper update beziehungsweise haben abgeklärt ob es lohnt oder nicht wie gesagt mit pv anlage ja sind nur ein paar cent am tag ohne pv anlage lohnt sie es halt eben leider nicht momentan das sollte ich auf jeden fall jeden ganz klar sein ja das war's von mir ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wünsche euch was bis die tage bis später ja